Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist unsere Basislinie, mit einem klassischen Modell für Damen und Herren, bequem zum Tragen und mit perfektem Sitz. Es gibt sie auch als Naturaleine, aus Baumwolle, die biologisch angebaut und umweltgerecht verarbeitet wurde und noch mehr Tragkomfort bietet. In der Trendlinie findet man die modischen Produkte mit aktuellem Schnitt für die Jüngeren. Auch diese Linie für modebewusste Damen und Herren ist in Naturaleinequalität und garantiert noch freundlicher zu ihrer Haut erhältlich. Noch modischer, sehr sportiv und variantenreich ist die dritte Linie. Wegen dem lässigen Schnitt haben wir sie «cool» genannt. Richtig heiss bei all dem ist aber trotzdem der günstige Preis. Bei der Neugestaltung der Unterwäsche hat man natürlich auch an die Jüngsten gedacht. Und mit der Kennzeichnung durch das bewährte Altersgruppenlabel macht das Auswählen der trendigen Slips und Shirts für Kids und Juniors noch viel mehr Spass. Die neue Unterwäsche von Coop ist zwar schön und neu verpackt, muss sich aber nicht verstecken. Darum ist jede Packung unten offen, damit man spüren kann, für welche Qualität man sich entscheiden will. Sie, das ist ja alles schön und gut. Aber wo finde ich jetzt wieder meine Grösse? Das ist doch das Problem. Das ist das Problem gewesen. Schauen Sie hier, wir haben neu für jede Grösse einen eigenen Farbalken. Ihr M zum Beispiel hat einen braunen Balken. Und wenn Sie das nächste Mal einen Slip oder ein Leibli kaufen möchten, dann schauen Sie einfach auf Ihre Farbe und Sie sehen Ihre Grösse auf einen Blick. Ist doch einfach, oder? Aha. Cool. Äh nein, Trend. Cool wäre da hinten. Ob Trend oder cool, früher oder später muss die Unterwäsch halt in die Wäschmaschine. Und die reagiert empfindlich auf Kalk. So, da sind Sie ja. Sie glauben es nicht, Ihre Wäschmaschine ist schon kaputt. Der Heiztab ist völlig verkalkt und dabei habe ich doch einen Wasserentherber gebraucht. Das ist doch nicht normal. Doch, doch. Ihr Produkt nützt eben nichts gegen Magnesiumkalk. Magnesiumkalk? Für einen optimalen Wäschmaschinenschutz brauchen Sie Kalk und Taps. Taps? Eine Tablette pro Wäschgang. Noch vor der Wäsch. Sie löst sich sofort auf und schützt Ihre Wäschmaschine sogar vor Magnesiumkalk. Von jetzt an nur noch Kalk. Das Nonplusultra gegen Magnesiumkalk. KOP gibt Ihnen bekanntlich immer wieder Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren. Eine dieser Neuheiten ist zurzeit der Bär-Börger-Vegetal. Das rein pflanzliche Frischprodukt aus Getreide und Gemüse wird von Bär exklusiv für KOP hergestellt. Der Bär-Börger-Vegetal ist saftig körnig. Es gibt ihn in vier geschmackvollen Varianten und er ist in 10 Minuten servierbereit. Wir haben den Bär-Börger-Vegetal unserem Gastkoch, Armin Amrain, vom Restaurant Le Club auf dem Burgerstock vorgelegt. Und natürlich ist ihm auch zu diesem Fertiggericht wieder etwas eingefallen. Grüezi miteinander. Entgegen der Anleitung auf der Verpackung, brate ich den Bär-Börger-Vegetal im Anker-Goldgelb-Brote. Belege ihn jetzt mit einem Rosetten oder Scheiben und lasse ihn im Overleben backen. Dann gehackte Zwiebeln und Gemüsewürfchen wie Lauch, Sellerie und Rüebeln im Anken andünsten. Knackig kochte Linsen beinfügen und wenig Tomatenpüree dazugeben. Mit Gemüsebouillon angiessen und so lange kochen, bis die Linsen weich sind. Zum Schluss mit Ankenwürfchen binden und mit einem Spritzer Accetto Balsamico verfeinern. Das Linsengemüse auf vorgewärmte Teller verteilen und die überbackenen Burger-Vegetal darauf anordnen. Das Rezept könnt ihr ab sofort nachschauen, auf der Teletext-Seite 555 und auf dem Internet. Probieren Sie es doch einmal aus, Sie werden sehen, es lohnt sich. Gewusst wie, einmal mehr, vom Armin Amrain. Und gewusst wo, jetzt wieder im Aktionsteil. Bei der Früchte und Gemüse gibt es Clementine aus Spanien im Netz, per Kilo für nur 2 Franken. Und in der Molkerei-Abteilung kommen Sie das Gop-Fondue fixfertig für nur 13,90 Euro über. Ein Multipack Tempo Papiernasstücher kostet 7,20 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen Textar Jeans und Sweatshirts für Kids für je 18 Franken. Und für Juniors für je 20 Franken. Auch verschiedene Wäschmittel sind jetzt günstiger. Das Biancomat im Navihilbeutel zum Beispiel kostet nur 8,90 Euro. Einen Preisabschlag können wir Ihnen heute auch noch zeigen. Das Cha-Cha-Cha Katzenstreu kostet von jetzt an nur noch 3,30 Euro. Und gut essen für weniger als 10 Franken kann man nach wie vor im Gop-Restaurant. Ein Chicken Fried Rice gibt es dort für nur 9,60 Euro. Die Sendezeit, die uns zur Verfügung steht, haben wir heute wieder einmal voll ausgenutzt. Ich bin sicher, es hätte auch für Sie etwas dabei gehabt. Danke vielmals für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend. Wiedersehen. Danke vielmals für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.